Das Bewusstsein ist ja eigentlich auch nichts anderes als diese aufgespannte, höchste Wonne oder Not, gemäß der Vorstellung, jetzt bin ich aufgewacht, und ich lebe ja noch, Hurra, und jetzt bin ich noch nicht tot und kann das erblicken, was ich erblicke, und jetzt bin ich immer noch nicht tot und kann das verspüren, was sich da bewegt und atmet in mir, und jetzt bin ich immer noch nicht tot und das ist schrecklich, wie überwältigend fantastisch oder schön es ist, wie ich gerade wieder dem Kotsch bei üblem Versinken und Fallen in die Afanesis entkommen bin, in dem ich die spannende Ausdehnung dieses Blicks, dieses Körpers gerade noch aufrechterhalten kann. Und jetzt bin ich immer noch nicht tot, weil ich ja all das verspüre, denke und nicht da ist und weg ist und so weiter. diese in jeder Sekunde mit jeder Atmung ablaufende Wiedererzeugungsmoment des Existierens und im Kontrastprogramm zu seinem möglichen Falls ja sonst nicht existent gewesen sein hätte können, in dieser Doppeldeutigkeit des Unbegreiflichen, des Unzweifelhaft, Unfasslichen damit, ob Unberührbarkeit das nächste fassbare, unberührbare und begreifbare, begreifbare Erreicht werde im Ergreifen des Kairos oder einfach im hier sitzenbleiben und das Fischauge von 270 Grad Blickwinkel aufspannen, um sich selber in dem ausgedehnten Raum in der Res Extensa als eigene aufgespannte Sphärenkugel, als eigene Res Extensa mitzuerblicken, obwohl nur die äußeren Tentakel sich in der Peripherie des Seefeldes an den Seitenbegrenzungen wahrzunehmen vermögen oder bestenfalls eine Warze auf der Nase, wenn man die hätte und eine Hexe von Macbeth wäre oder eine der Meuren mit dem einen Auge für drei Schwestern.